Ja, das riecht toll. Ich mag, dass die Gerüche sind auch so toll. Siehst, die habe ich noch von dir, von hier, von davor, die hat es mir mal geschenkt. Gut, sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Ups, ja, und ist so gut wie leer. Ja, siehst du? Jetzt siehst du es. Ja, das kommt also wie gerufen. Da habe ich wieder was Neues. Super. Dankeschön. Klasse. Freue ich mich, ne? Oh, die Tasse sieht aus. So sieht die immer aus, wenn man Zistrose-Tee trinkt. Da bildet sich so ein Ölfilm auf dem Tee. Sieht immer aus, ne? Voll gematscht. Er hätte sie mal spülen können, Bruno. Ja, und statt nur rumzupufen. Hm? Warte, zumachen hier, ne? Hm, das riecht wirklich super. Hm, ganz toll. Ganz, ganz lieben Dank. Schön. Freue ich mich. Ja. Oh, hä? Ist auch gut. Mach ich auch mal raus, hm? Warte mal. Ist nix zum Essen, Schnuggi-Guck? Du bist dir aber noch nicht sicher. Könnte man vielleicht doch essen? Hm?